Hey Leute und damit Willkommen zu einer kleinen Runde AmoGames, mit dabei ist hier die Schokobanane. Verdammt du scheiß Banane, das geht doch gar nicht. Du Hän... Schalt die Hexe aus, du verdammter Hudensohn. Alter, das ist nicht feierlich. Was war da gerade los? Glaube ich werde die Runde mit Leichtigkeit gewinnen. Alter, ich habe mich gerade voll erschrocken. Ach, scheiße. Mann, wieso funktioniert die Angel nicht? Ich habe keine Ahnung. Jetzt. Nein. Nein, Alter. Hey, wieso blende ich? Was ist das für ein Scheiß? Warum löscht ihr das Feuer nicht? Oh mein Gott. Und jetzt mit dem Feuerzeug und TNT. Nein, nein. Doch, also. Nein. Yeah. Richtig nice gerade, was hier gerade passiert. War jetzt jetzt aus, als ob ich gewinne. Nein, nein. Oh mein Gott, ich habe mit einem Herz gewonnen. Ja, oh, ja. Fynn. Oh, Leute. Mein Hals tut mir einfach so weh. Es ist so schwer, einfach jeden Tag ein Video rauszubringen. Erstmal, die Mutter stört dich. Nicht nur die Mutter, der Vater. Die Nachbarn. Und vielleicht kommt auch... Ja, und vielleicht kommt auch noch im Anschluss die Polizei. Ja, gefickt, du kleine Mistgeburt. Yeah. Dann war es das dann auch schon mit der Runde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.